Hallöchen Freunde, Herzlich Willkommen zu einem neuen Angespielt Jam Gun, oder Jam Gun, wurde mir vorgeschlagen Gucken wir doch mal, wie das so funktioniert Willkommen Okay, wir sollen dann Down benutzen, um die Kanone hoch und runter zu manövrieren Und dann zum Halten, äh, Schießen, das kann man anscheinend nur so Okay Ich kann auf dieser Linie hier gleichzeitig bewegen und schießen, das finde ich cool Jetzt sollen wir unsere Waffe aufrüsten in der Gun Factory Die Feuerrate kann erhöht werden, wie Gott, 10 Credits haben wir hier oben Yeah, will ich, muss ich ja wohl Back Main Wall Achso, hier kann man die verschiedenen Level spielen, okay, verstehe Verstehe, dann spielen wir doch mal die Nummer 1 Ich kann es gedrückt halten, sehr gut Oh, oh Gott, doch nicht Äh, da unten ist es okay Kann ich doch nicht gedrückt halten, sollte ich nicht gedrückt halten Funktionen nicht so gut Ich muss schon da keine Amo mehr, das kann doch nicht sein Man kriegt denn die Amo her Ach, guck mal hier unten Das muss ich auch noch einsaugen Okay, jetzt kannst du einsaugen meinetwegen Hm, schade, ich habe 25% von meinen Dings verloren Ja, 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 ich weiß Finish durchs Full Ammo Tank, Hammer Tja, das ist ja ungünstig gewesen, würde ich mal sagen Nice, Credits, saug sie ein Metal Recycled Mehr Moskitos 8 Amo habe ich da oben Nioh, einsaugen Der da hinten zu treffen war ein Glückstreffer gewesen Boah, meine Güte Oh, go on, komplett Nice 20 Credits bekommen dafür, dass wir mit vollem Mit voller Dings, äh, beendet haben So, ich gehe mal in die Gun Factory Können wir noch Acid Bullets Explosive Bullets Ja, das ist gut, das ist gut Increased Firing Rate Können wir theoretisch auch machen So Ich hätte gerne mal noch eine zweite Waffe Der irgendwie automatisch schießt Geht so hier, glaube ich nicht Okay, können da gar nichts machen Auf Level 3 Jetzt haben wir 20 Ammo Weißt, wir können jetzt ein bisschen länger rumspielen, bevor wir Munition brauchen Und dann zu holen müssen Das Ding haben wir relativ glücklicherweise eine relativ große Hitbox Nioh, saug sie ein Mit einem größeren Speicher kann man das durchaus machen Und alles eingesammelt Gibst du ja die Dinger 40 Stück, ich kann nichts aufrüsten anscheinend Fly Swatter Und ich kann nichts hier Das ist doch kein Thema, dann kommen wir da easy hin, oder? Noch mehr? Meine Güte, da kommen auch viele, ey. Gewonnen. Too easy. Saug sie ein und jetzt kann man auf jeden Fall was aufrüsten. Entweder was zu reparieren. Raid of fire. Mehr Schaden bei Gegnern. Das wird wahrscheinlich dann auch noch kommen, dass die Gegner mehr durchhalten. So, hier haben wir Säure-Bullets. Schilddurchbrechende Munition. Ein paar Kassel-Battles. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und Explosive. Ich werde mal die explodierenden Dinger nehmen. Beide explodieren nur in Säure-Munition. Oh, jetzt haben wir ein Bosslevel. Wäre wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Damage. Ernsthaft? Was bist du denn für ein Penner? Komm her. Komm her. Man kann die ja noch abschießen, die Teile. Ich habe ja gar keine Munition. Ich will aber nicht so viel. Komm her. Ist das eine Sack-Ratte, ey. Er droppt damit nicht mehr, ob du die Wall angreifst. Jetzt zumindest. Vulcan Gun Unlocked. Okay, habe ich. Hier oben ist dann die Vulcan Gun. Gun Factory, da haben wir die Gun. Okay, ist schon ausgerüstet. Sehr cool. Okay, wo schießen die hin? Das hat mir viel Energie meiner Wall gekostet und die repariert sich automatisch. Die Wall ist ja cool. Ja, hält nur nicht mehr so viel durch. Und das war es gewesen. Game Over. Okay. Das schaffe ich eh nicht mehr. Ich kriege das mit der Gun nicht so richtig hin mit der Maus. Tja. Das können wir theoretisch hier in die nächsten Reihen. Also hier sind aber 10 Level, 15, 16 Level pro Ebene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da geht es wahrscheinlich in die Mitte noch. 9 und so weiter. Also mindestens 9 mal 16 Level, die man spielen kann. Okay, meine Freunde. Das ist das gewesen und das Spiel zu Yam Gun. Der Spiel möchte in die Videobeschreibung finden die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.